Was reizt dich an MT-Mansion? Die Klubleitung ist super, nette Leute, Mannschaftskollegen. Kassel-Stadt fühle ich mich auch wohl. Ist alles gut. Dein schönstes Erlebnis? Olympia in London 2012 haben wir Silber gewonnen. Schläfst du nackt? Nein. Dein Lieblingsgegner? THW Kiel. Welchen Gegner magst du nicht? Eisenach. Was machst du in deiner Freizeit? Ich helfe meiner Freundin mit ihren Pferden und spiele mit meinem Hund. Den schlimmsten Fehler, den du begangen hast? Ich habe keinen Fehler gemacht in meinem Leben. Wie viel wiegst du? 95 Kilo. Hund oder Katze? Hund. Wirst du in der Mannschaftsdusche manchmal leidet? Nein. Bist du Single? Nein. Bist du verheiratet? Nein. Welche Musik hörst du? Rockmusik. Gerne Gans and Roses. Kannst du als Schwede richtig ausrasten? Ich bin ein ganz ruhiger Typ eigentlich. Deine Lieblingsbeschäftigung? Ein bisschen mit Pferden. Was macht ein Schweden Schwedisch? Mit blonden Haaren. Ein schwedischer Zungenbrecher? Das habe ich auch nicht verstanden. Was ist besonders schwierig zu sprechen auf Schwedisch? Also eine schwedische Zungenbrecher? Ah, wie mein Name? Höjerstrand. Höjer. Schwedisch. Danke. So. Bis zum nächsten Mal.